Die Ruhe und Gelassenheit in sich zu tragen und gewisse Dinge etwas aus der Distanz zu betrachten und seinen Weg konsequent fortführen. Wolfgang Klinger ist es gewohnt, beharrlich zu sein, Ausschau zu halten, an einer Sache dran zu bleiben, auf den richtigen Moment zu warten. Dies bewies er stets auch in seinen bisherigen Tätigkeiten als Transportunternehmer, Wirt, Jäger, Bürgermeister, Nationalrat oder jetzt als Landesrat in der oberösterreichischen Landesregierung. Wolfgang Klinger, der im Bezirk Grieskirchen als Unternehmer verwurzelt ist, gestaltet seine Heimatgemeinde Gaspolzhofen seit 2003 als Bürgermeister und seit 2019 arbeitet er als Sicherheitslandesrat für Oberösterreich. Durch sein politisches Engagement zieht sich ein roter Faden. Unsere Heimat erhalten und weiterentwickeln, unsere Heimat schützen. Gefragt, wofür er einstehe und wogegen er sei, antwortet er Also alles, was zum Wohle der Bevölkerung ist, das kann man mit mir durchbringen. Das ist einmal völlig klar, was man mit mir nicht durchbringen kann, ist Freundelwirtschaft oder irgendwelche Maßnahmen, die zum Schaden unseres Landes sind. Das geht mit mir auf alle Fälle überhaupt nicht. Als zuständiger Landesrat für Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen möchte Klinger besonders den Einsatzorganisationen den Rücken stärken, denn ohne diese wäre unser Gemeinwesen nicht denkbar. Klinger, der selbst mehr als 40 Jahre Mitglied einer Feuerwehr in seiner Heimatgemeinde ist, ist um intensiven Kontakt zu den Einsatzkräften bemüht. Wenn es darum geht, Missstände unverfälscht anzusprechen, ist der Sohn des Traditionsgasthofs Klinger auch nicht verlegen, die Dinge beim Namen zu nennen. So etwa nach dem schrecklichen Doppelmord von Wulowitz. Ich glaube, dass man hier schärfstens reagieren muss, vor allen Dingen zukünftig. Wenn man betrachtet, dass von afghanischen Tätern voriges Jahr 24 Stichwaffentaten vorgelegen sind und heuer auch bereits wieder acht, dann haben wir hier entscheidend etwas anders zu machen. Das kann es nicht sein in unserer Zivilgesellschaft, dass wir uns solchen Daten nicht entgegenstellen können. Wolfgang Klinger, der mit seinem Heimatland Österreich und seiner engeren Heimat, dem Hausruckviertel, verwoben und verwachsen ist, möchte diese Heimat auch für seine Kinder und Enkelkinder erhalten wissen. Und frei nach dem Leitspruch, ohne Sicherheit ist alles nichts, stellt sich Klinger den Anforderungen des Alltags. Für Oberösterreich. Für ein sicheres Heimatland.